Hallo und willkommen zum sechzigsten Video von Drei Minuten Deutsch. Heute machen wir weiter mit den Adjektivendungen im Dativ. Die Adjektivendungen mit dem Dativ sind viel einfacher als die Adjektivendungen mit dem Nominativ und mit dem Akkusativ. Wenn es einen Artikel gibt, sind die Adjektivendungen alle "-en". Wenn es keinen Artikel gibt, sehen die Endungen genauso wie die Endungen der bestimmten Artikel im Dativ. Vergiss nicht, dass man den Dativ verwendet, wenn es ein Dativobjekt gibt, wenn es eine Präposition gibt, die den Dativ verlangt, oder wenn es ein Verb gibt, das den Dativ verlangt. Arnold Schwarzenegger gibt dem begeisterten Junge die Lederhose. Arnold Schwarzenegger ist der excited boy die Lederhose. Der Bär beschäftigt sich mit der goldenen Ananas. Der Bär beschäftigt sich mit der goldenen Ananas. Angela Merkel schenkt dem deutschen Volk 5 Euro. Angela Merkel ist 5 Euro geben. Die netten Leute helfen den anderen netten Leuten. The nice people are helping the other nice people. Ich kaufe meinem älteren Bruder eine neue Krawatte. Ich kaufe meinem älteren Bruder eine neue Tie. Mein Bruder gibt seiner schönen Frau ein paar Handschuhe. Meine Frau geht mit unserem kleinen Kind ins Kino. Unsere Mutter hat ihren lieben Enkeln Bonbons gegeben. Our mother gave her dear grandchildren candies. Wie man sieht, gibt es in diesen Beispielen Artikel. Deshalb brauchen wir in diesen Beispielen auch immer En am Ende des Adjektivs. Wenn es keinen Artikel gibt, muss man erinnern, wie die bestimmten Artikel im Dativ aussehen. Mit männlichen und sächlichen Substantiven muss man EM verwenden. Mit weiblichen Substantiven ER und mit Substantiven in der Mehrzahl EN. Ich putte mir die Zähne mit weißem Kaugummi. Er gibt seinem dunklen Tee Geschmack mit gelber Limonade. Der Chemiker spült den Schmutz aus seinen Augen mit sauberem Wasser heraus. Der Chemiker spült das Schmutz aus seinen Augen mit sauberem Wasser heraus. Die Witwe schmückt das Grab mit schönen weißen Blumen. Die Witwe schmückt das Grab mit schönen weißen Blumen. Meiner Meinung nach sind die Adjektivwendungen im Dativ einfacher als die Adjektivwendungen im Nominativ und Akkusativ. Es gibt nur Schwierigkeiten, wenn man nicht erinnert, wann und wie man den Dativ verwendet. Wenn du mehr Informationen über dieses Thema lernen willst, gibt es mehr Informationen auf meinem Blog. Wenn du das üben willst, gibt es Arbeitsblätter auf meiner Patreon Seite. Links in der Beschreibung. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.